Hat man Ansprechpartner, falls man Hilfe braucht oder Fragen hat? Wenn ja, wen kann ich ansprechen? Auf jeden Fall kriegen erst dies die nötige Unterstützung. Es gibt nämlich ein Mentorenprogramm von der Fachschaft der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, ihr bekommt in kleinen Gruppen einen Mentor zur Seite gestellt, und das ist meist ein Student aus dem höheren Semester, und der zeigt euch den Campus und die Stadt und macht euch damit vertraut. Und außerdem noch eine Fachreferentin, die sich um Fragen und Probleme der Studienanfänger rund um den Aufbau und Ablauf des Studiums kümmert.